Okay, also. Wir wollen einen Carrion-Creeper und einen Balron töten. Das klingt doch so, als ließe sich das mal eben so in einem Dungeon erledigen. Ich meine, mit fast 9000 Lebenspunkten zumindest. Moment. Ich habe das Gefühl, ich spreche irgendwie gegen mein Mikrofon. Ganz doof. Na ja gut, so. Hoffen wir das Beste und Hallo! Das gibt Lebenspunkte, wenn ich jetzt wieder rausgehe. Finde ich gut. Ach, macht es mir doch nicht so leicht. Das ist so doof. Ja, also hier habe ich gerne Lebenspunkte gefarmt. Oh, nein, halt. Falsche Tür. Hab auch schon mal geguckt nach, ähm... Hallo? Etage runter. Und da... Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl... Tralalala, tralalala, tralalalala, tralalalala, so. Au! Ja, ist okay, ist okay. Ja? Ey, du. Aus, hör. Aus, 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 tot. Stirb, stirb. Ich glaube, ich sollte... Das wäre jetzt prinzipiell die Gelegenheit, wieder rauszugehen. Rein für Lebenspunkte, sag mal. Das tue ich auch. Wenn ich denn mal wieder darf. Ja, ich darf. Finde ich gut. Truloo. Hallo? Tschüss. Jawohl, ja. Ach, steh mir nicht im Weg. Steh mir nicht im Weg. So. Stirb doch einfach. So? So. Hallo? Feiges Skelett, du. Blöde Fledermaus. Blöde Ratte. Stirbst du jetzt? Hallo? So. Ah. Oh, kommt denn das Skelett auf einmal her. Ja. Ah, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, nee, ist schon recht so. Ja. Oh, oh. Näh. Auf, Truhe. Geh, auf, Truhe. Warum versuche ich eigentlich die Truhen zu öffnen? Ich habe mehr Geld, als ich, ähm, schleppen kann. Mhm, mhm. Ah, da geht's runter. Okay. Hallo, Ork. Hallo, Galert-Club. Hallo, Duda. Nehmen wir mal hier lang. U2 Spure. Ja. Frie spinne. Scheiß spinn. Ja, jetzt ist aber... Nein. So. Äh, äh, gegen die Wand rennen war jetzt irgendwie eine blöde Idee. So. So. Hallo. Ja, wir haben auch ein bisschen Rüstung auf. Vorrat. Okay. Mäh. Ähm. Ready, spell. Prayer. Cast. Mäh. Ready, spell, prayer. Ca. Höh, höh, höh. 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 Also gut, wieder zurück. Ah. Höh. ich sagte nervt nicht mein gott doch einfach so zum beispiel gut ich suche jetzt wieder die leiter nach oben drehen uns um gehen einen schritt und dann habe ich vergessen so geht es auf jeden fall auch unter hier wäre dann die originalleiter zum unterklettern gewesen ach würfel gehen aus dem weg sie sehen fast aus wie eine tür so hast du jetzt davon haben wir noch haben wir noch haben wir noch spinne geh weg ok weg geht alle weg ok das war sehr wenig effektiv nicht zu sagen gar nicht aber auch kein problem und die tasche runter so blöd ist jetzt natürlich dass es die leiter nicht wieder gibt für nach hoch zu gehen aber egal da findet sich schon was hoffentlich so theoretisch müssten wir jetzt hier in der nähe der leiter aber wir haben ja noch nichts bekämpft das ist doof allein schon aus dem grund weil ich mir nicht sicher bin was es hier so an gegnern gibt ein carrion creeper alles ja genau deshalb nämlich ach du bist eine mimic du bist die tasche runter ein ätten bist du eine mimic nein nein okay also müssen wir hier durch die frage gibt es den ballraum schon hier oder gibt es den erst ab level 8 ich glaube den gibt es den erst ab level 8 ja 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 habt schon recht die frage gibt es die frage gibt es scheiß fucking gremlin der hat mir hat er mir lebensmittel geklaut die drecksau nein was ist das was ist das weis die frage gibt es ja ja das ist der macht mich noch lebensmittelarm die drecksau Da hilft nur eins. Ich sehe ein Gremlin. Ein Rays! Toll, der klaupt mir gleich alle Lebensmittel und dann sind wir tot. Dann halt die schnelle Variante. Gehen wir aus dem Weg. Das ist ein Zorn. Der ist mir sowieso prinzipiell wurscht. Ich brauche jetzt nur einen Balron. Haha! So, wo war die Leiter nach oben? Ich möchte meine Spells dafür jetzt nicht unbedingt verschwenden. Da war die Laserbarriere mit dem Zorn. Da war die andere Laserbarriere. Ist unsere Leiter jetzt futsch? Sehe ich das richtig so? Da habe ich nur vergessen, wo wir die hingeparkt haben. Ich meine, das könnte auch passieren. Das hat gar nicht ganz so abwegig zugegebenerweise... Geh mir aus dem Weg. Geh mir bloß aus dem Weg, Vieh! Ne, jetzt mache ich es mir aber doch. Leiter ab ist G. Machen wir uns das doch einfacher. Wie ist Belle? Ds, 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 Ds... Mh, hm... Ja, ist okay. Honey Smurfel? Ja, ich weiß, dass da noch eine Mimik steht. Aber das ist mir relativ wurscht grade. Nein! Klettere, kletter Denn für zwei Questen, da nehme ich das in Kauf Dass wir jetzt Die ganzen Ladder-Ups verschwenden Wie sonst nichts zweites Schade, ich hätte gedacht, dass wir jetzt Die richtige Ecke gewesen Aber egal Hauptsache, dass wir kommen raus Und speichern erstmal Denn Wir könnten jetzt trotz allem das Problem haben Dass unsere Lebensmittel Nicht bis zur nächsten Stadt, wo wir Lebensmittel kaufen können Reichen So reicht es nicht, also setzen wir gleich dann neu an Denn Wir sind jetzt jeden Sekunde tot Zeig doch Okay Ich schaue gleich, wo wir am besten lang gehen Um Lebensmittel zu kriegen Also gut Ich glaube, hier war eine Stadt, nicht? Ja doch, hier war eine Stadt So, steigen Reingehen Und da gibt es Lebensmittel So Bei Ähm 100 Äh, doch ein bisschen wenig Noch mal 100 Ach was 250 Jawohl, das sollte reichen Ja, wir kaufen noch mal ein großes Schwert Auf jeden Fall, dass das mal kaputt geht Was ich ja nicht glaube Denn bisher ist es nicht kaputt gegangen Dann kaufen wir auch noch Smase Äh, 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 Roben Spikes Bei Ups Das war das I Das Amulett Wobei, das hätte ich eigentlich noch gehabt Glaube ich Ach, ist ja egal Und nur ein Stab Das macht übrigens alles irgendwann mal Sinn Vertrauen Sie mir Ich weiß nicht, was Ich weiß, was ich da tue Ob ich Ja, du wirst jetzt auch erstmal Weggeschnipselt Einfach nur um dich wegzuschnipseln Ach, stirb Oh Schon gestorbt Äh, gestirbt So Jetzt schauen wir uns einfach wieder ein Stückchen weiter um Denn ich würde jetzt gerne Rein aus Prinzip Ein Cookie da Äh, ja Hatten wir hier eine der Questen Ich bin mir gerade nicht sicher Aber ich gehe einfach mal rein und frage mal nach Wenn nicht, kriegen wir hier eine Ganz einfach Das wäre Witze So, dann eine Quest von mir already Dann kann das ja nur Wort britisch sein, der hier rumgampelt Sah das nicht anders aus bei den Ich meine, die anderen beiden Questen, die ich habe Haben wir, äh, die wir haben, habe ich ja erledigt Aber schauen wir doch einfach mal Was wir sonst noch so schönes finden Nein, das ist nicht, was ich brauchen kann Falls das jetzt nicht hilft, nehme ich mir gleich Karten zu Hilfe Und ja, ich weiß, wir werden ja schon gewesen sein Aber Aber Ja, das war Go east to the east Ja Ja, to go east Ja, dieser dämliche Wurzelgnubbelding sie Ja, nö Habt ihr euch vielleicht so gedacht? Hab ich aber keine Lust drauf So Hallo Schiff Tschüss Schiff Nöööö Sind wir schon wieder hier? Dann müsste hier ja theoretisch hier unten eine Stadt sein. Ja, einmal um die Welt gefahren. Okay. Dann geht's mal in diese Richtung. Dann gucken wir mal, was wir hier so Schönes finden. Ob wir hier was Schönes finden. Ha. Interessant. Ah, hier sind wir. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Hier waren wir schon mal ganz zu Anfang. Etwas häufiger. Nö. Kannst mich mal gern haben, Kerl. Ganz einfach, so. Ja, meine Orientierungssinn bei diesen Karten hier ist immer extrem gut. Apropos Karten, ich sollte mir mal die Online-Karten rauskramen. Lass mich raten. Oh. 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 Au. Wie Agilität. Mal wieder. Oh. 37. Und wir tragen keinen Suit, weil unser ist kaputt. Ich hätte gerne den Reflekt-Suit angezogen. Danke. Ja, das ist doch immer schön starke Magie. Die uns dann Agilität gewährt. Finde ich klasse, sowas. Ha. Ah, da war ja noch einer. Hihihi. Runter. Tower-Offenheit. Zwei Intelligenz. Oh, nett. Nicht, dass wir die jetzt als Krieger oder Kämpfer brauchen, aber zwei Intelligenz. Ops. Ops. Baut was, ja. Damit sind wir immer... Sind wir schon mal etwas besser beraten. Irgendwo bringt das mit Sicherheit irgendwas. Wenn es nur ist, damit unsere Zauber nicht so oft misslingeln. Zumindest unser PRAA irgendwas bringt. Das wäre ja auch schon wieder von Vorteil. So. Oh. Nee. Putz. Nein! Ja, vergiss es. Hey da, König. Ah, du hast dein Reise. Für das soll ich dir sagen, dass die Zeitmaschine den grünen Edelstein benutzt muss. So, wie sieht das denn jetzt mit unseren Edelsteinen aus? Wir haben den roten und wir haben den grünen. Das finde ich gut. Ja, nerv mich doch alle. Achso, ich kann ja... Ich wollte schon übers Wasser laufen. Aber wir sind noch nicht der... Gottgleiche und so.